Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ich fühle mich an ein sehr glatt rasiertes Poloch, habe ich gehört. Kann ich aber gar nicht haben! Also ich habe angefangen, weißt du, das ist September 1980. 1980. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ich fühle mich an ein sehr glatt rasiertes Poloch, habe ich gehört. Yeah! Geil! Dieses kleine Ding hier geht echt ab, du! Kann ich aber einfach nicht auf- Ähm, also ich habe angefangen, weißt du, das ist September 1990. Und hier hatten wir, heute muss ich angefangen. Ich habeumen �erträumisch 15, 2020. Und dann hatten wir da oben einiges Meeting, auf- Aber es hat viele Teile noch einiges Amplicated. Und dann waren auf- Wissen die İstanbul 1990. Also ich habe angefangen mit 21. September 1918. 1908.